Heute noch genau eine Woche bis zur konstituierenden Sitzung des neu gewählten Deutschen Bundestages. Da wird es natürlich langsam Zeit für die Fraktionen sich aufzustellen, auch die eigene Rolle zu definieren und auch erste personelle Weichen zu stellen. Jetzt um 15 Uhr trifft sich die Unionsfraktion. Im Reichstagsgebäude will Wolfgang Schäuble als Kandidat für das Amt des Bundestagspräsidenten nominieren. Auch andere Fraktionen tagen die der AfD, zum Beispiel die SPD-Abgeordneten, sitzen schon seit 9 Uhr in einer Klausur zusammen. Gerd Joachim von Fallouar beobachtet all das von der Fraktionsebene des Deutschen Bundestages aus. Gerd Joachim, welche Weichen werden denn da heute für die Plenums, aber auch für die Ausschussarbeit der Fraktionen gestellt? Heute wird hier der wichtigste Mann des Bundestages nominiert, nämlich der zukünftige Präsident Wolfgang Schäuble in der Unionsfraktion. Die stärkste Fraktion hat traditionell das Vorschlagsrecht. Und bei mir begrüße ich Michael Grosse-Brömer, den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Union. Wie konnten Sie denn Wolfgang Schäuble überreden, diesen wichtigen Posten nun auch anzustreben? Erst einmal muss man feststellen, dass Wolfgang Schäuble jedenfalls aus meiner Sicht ein Glücksfall für diese Position ist. Mit seiner Lebenserfahrung, mit seiner politischen Erfahrung, mit seinem rhetorischen Geschick ist er natürlich in der Lage, diese Position als Parlamentspräsident hervorragend auszufüllen. Und entgegen vielfacher Spekulationen glaube ich auch, dass er an dieser Position durchaus eigenen Spaß hat. Er ist da nicht gezwungen worden, diese Position zu übernehmen, sondern er ist gefragt worden. Und er hat glücklicherweise sein Einverständnis erklärt. Ich glaube, er ist aktuell der richtige Mann auf der richtigen Position des Deutschen Bundestages. Kurze Nachfrage. Nominiert wird er heute, was heißt das, wird er gleich abgestimmt in der Fraktion oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir haben das Vorschlagsrecht als eindeutig stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag. Und wir werden Wolfgang Schäuble heute als Kandidaten nominieren, um ihn dann in der nächsten Woche auf der konstituierenden Sitzung vorschlagen zu können. Und deswegen wird gleich darüber abgestimmt, ob er unser Kandidat ist. Aber ich bin da nicht nur zuversichtlich, ich bin sehr, sehr sicher, dass er da ein exzellentes Ergebnis bekommt. Es gibt den sogenannten Vorältestenrat, da sind die parlamentarischen Geschäftsführer drin und der alte Bundestagspräsident leitet das. Da werden verschiedene Abläufe besprochen. Unter anderem wollten SPD und CSU wieder zwei Bundestagsvizepräsidenten haben. Die Kleinen waren dagegen und jetzt hat man sich geeinigt. Die CDU und CSU hat gesagt, gut, dann nehmen wir nur einen. Die SPD zähneknirschend auch. Warum konnten sich die beiden starken Fraktionen da nicht durchsetzen? Also die CDU und CSU hat von Anfang an gesagt, uns reicht ein Vizepräsident pro Fraktion. So wie es auch vorgesehen ist, so wie es der Regelfall ist. Ich habe auch gehört, dass die SPD den Wunsch hatte, zwei Vizepräsidenten in Anspruch nehmen zu können. Dem haben wir nicht entsprochen. Und deswegen glaube ich, dass mit Blick auf einen größer gewordenen Bundestag gleichwohl durch die zwei Parteien, die zusätzlich gekommen sind, ja auch die bestätigte Anzahl von Vizepräsidenten von sechs plus einem Präsidenten ausreichend ist, um diesen Bundestag über vier Jahre ordentlich zu leiten und zu gestalten. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, uns reicht ein Vizepräsident pro Fraktion im Deutschen Bundestag. Die Fraktionsspitze hat das gesagt, in der CDU gab es ein bisschen Gemohre, denn dieser Posten des Vizes fällt jetzt automatisch der CSU zu. Die hat gestern da eine Kampfkandidatur sogar gehabt. Hans-Peter Friedrich ist da gestern gewählt worden von der Landesgruppe. Auch er nochmal formal. Die Frage wird hier nochmal von allen gewählt? Ja klar, wir machen ja einen gemeinsamen Vorschlag. Und wir haben ja mit der CSU eine Fraktionsgemeinschaft, dementsprechend gemeinsame Regeln. Und deswegen ist es jetzt auch nicht verwunderlich, wenn wir zwei Positionen haben, dass die eine Position davon für die CDU, für die CSU dann zur Verfügung steht. In der Tat hat gestern eine Wahl stattgefunden. Und auch Hans-Peter Friedrich hat die notwendige politische Erfahrung, um diesen Job ordentlich und wie ich finde, dann auch überzeugend machen zu können. Nun hat man sich auch geeinigt in diesem Vorhältestenrat, dass jede Fraktion einen Vize stellen soll. So ist das ja auch guter Brauch. Wobei man bei der AfD ja ein paar Bauchschmerzen hat, den Kandidat vielleicht nicht mitwählen will. Darüber will ich gar nicht reden, sondern es gibt plötzlich noch einen Kandidat, der Herr Mieruch, der vorgeschlagen wird von Frau Petry. Das sind ja die beiden unabhängigen Kandidaten im Deutschen Bundestag. Das ist das gute Recht dieser beiden. Jetzt hat man plötzlich sieben Kandidaten für sechs Posten. Wie wird diese Abstimmung ausgetragen werden? Ja, ich habe das auch in der Zeitung gelesen, dass Frau Petry jetzt auch einen Kandidaten vorschlagen will. Ich halte es für klug und ausreichend, wenn Fraktionen entsprechende Vorschläge machen. Denn die Aussichten eines Einzelkandidaten sind ja traditionell nicht besonders hoch. Insofern werde ich mal abwarten, was Frau Petry und ihr Kandidat dann in der nächsten Woche vorhaben und beabsichtigen. Aber das Wahlverfahren wird natürlich auch mit Blick auf die AfD ordnungsgemäß durchgeführt. Und wir haben von Anfang an gesagt, die AfD als Fraktion hat natürlich die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen auch. Und da fangen wir jetzt auch nicht an, da irgendwie zu sagen, die dürfen jetzt keinen vorschlagen. Das dürfen alle. Und deswegen wird das wohl auch so stattfinden. Das wird noch ganz spannend werden. Das ist dann nächsten Dienstag der Fall. Vielen Dank. Michael Grosse-Brömer war das, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, der jetzt dringend wieder rein muss. Danke, dass Sie da waren. Danke. Danke.